Also auch wenn die Frage schon 73.000 mal gestellt und beantwortet wurde, ja, werde ich sie trotzdem noch beantworten. Ich habe persönlich damit angefangen, weil Peter damit angefangen hat und ich das ganz witzig fand, was Peter da so getrieben hat. Und auch die Comments zu den Videos irgendwie witzig zu lesen waren. Und Peter hat damit angefangen, weil er Gronkh zugeguckt hat. So, jetzt wisst ihr Bescheid. Ich habe angefangen, weil der Mitbewohner, mein guter Peter, damals ja angefangen hat. Und dann habe ich das ein bisschen mitbekommen und dann war irgendwie so, ja, wir brauchen noch einen Singleplayer für Battlefield. Und ich meinte so, ja komm, ich spiele das Spiel doch eh. Dann kann ich es so aufnehmen und direkt dazu ein bisschen labern und hochladen. Warum nicht? Und ja, dann war das erste Ding da. Und dann kam irgendwann noch FIFA, weil FIFA ganz cool war und ich das viel gespielt habe. Und dann irgendwie immer so, hey, soll ich nicht mal hochladen oder was? Mit Jay ja viel gespielt. Und ja, so kam ich dann dazu und bin damit reingerutscht. So, warum wir mit YouTube angefangen haben. Der Kanal Pilsmith ist ja ursprünglich entstanden, weil ich da Filme hochgeladen habe für einen Literaturkurs. Nicht wirklich dafür, sondern einfach nur so ein Quatschfilm, der währenddessen in so einer Aufnahmepause entstanden ist. Ich bin der Hannes, wo ein Kumpel von uns vor der Kamera Quatsch gemacht hat und mit Greenscreen und so weiter und so fort. Und nachher habe ich da halt andere Sachen auf dem Kanal gemacht und irgendwann dann Let's Plays und dann habe ich einfach weiter den Kanal benutzt. So ist der Kanal entstanden und so habe ich zum ersten Mal YouTube benutzt. Ja, bei mir war das halt so, Peter hat YouTube benutzt. Peter hat gefragt, willst du auch YouTube benutzen? Da habe ich gesagt, ja klar will ich die benutzen. Ja, seitdem will ich die benutzen via YouTube. Wir benutzen uns gegenseitig. Warum wir eigentlich mit YouTube angefangen haben, boah ja, war die gute Frage. Peter hatte die Idee und was soll ich dazu sagen? Keinem lassen schon mal so einen richtigen. Ich habe da Bock drauf gehabt. Klingt dumm, ist irgendwie so immer der Standardsatz so, ey warum macht ihr das, da haben wir Bock drauf. Warum macht ihr jedes Projekt, da haben wir Bock drauf. Warum hört ihr jetzt mit dem und dem Projekt auf, da haben wir keinen Bock mehr drauf. Ja, ähm, ist aber tatsächlich die Wahrheit. Vielleicht auch ein Grund, warum wir relativ groß sind, dass wir tatsächlich nur das machen, was Bock macht. Ich meine, äh, wir machen halt Minecraft, wenn wir Bock haben, wir spielen Battles, wenn wir Bock haben. Wir versuchen natürlich schon die Folgen täglich zu bringen und so, aber wir wollen halt Bock haben. Und YouTube, für mich persönlich zumindest, da habe ich halt Bock drauf. Na ja, Peter hat mich gefragt, ob ich mitmachen will und, ja, da habe ich dann einfach mal mitgemacht, auch wenn ich es noch gar nicht kannte. Und da habe ich dann auch mal mitgemacht, auch wenn ich es noch gar nicht kann. Und da habe ich dann auch mal mitgemacht. Und da habe ich dann auch mal mitgemacht. Und da habe ich dann auch mal mitgemacht. Und da habe ich dann auch mal mitgemacht.